ähm, Radical, A-Bot und Tau-Bot pah, richtig erschmerset hier ähm ah, mit Tau-Bot mitnehmen ähm hab ich jetzt die Flöte bekommen oder was? Aufwecker, Nugget, Pokémon Flöte weiß ich nicht mitnehmen alle? hm? alle? mein Headset ja nein, mein Headset ist ja angeschlossen mhm, Wackel? Wackelkontakt? nö, ich bin grad wohl nur ein bisschen rum ja, Wackelkontakt ähm loa sonderbomong, sonderbomong behalte die Pokémon dabei mach ich mal so, zack zack und zack die Leute die mein Speedrun gesehen haben, wissen ja wie bald ich jetzt schon bin ne, warte mal Rad hatte ich doch schon, ne? ähm, warte mal speicher ich jetzt ich will unbedingt Trilaxo eigentlich haben hm speicher doch ich speicher das und versuch den jetzt zu fangen naja, mach doch hm speicher das war doch nach Major Bob, dass du mal ein Ding krieg, ne? naja, du brauchst aber erstmal die ähm dieses Silk Code, damit du den durch diesen Tower gehen kannst welchen Tower? den in Lavagna der vor Relaxo ist also Centus hat Probleme mit seinem Headset ich versteh dich schon, ey das geht ja grad hä? bevor du nach Erika kommst, kommst du in eine Stadt davor ja und? warte mal wo ist denn die Karte? schön Silph Scope brauchst du dann na dann da wo die Team Rocket da in dieser Spielehalle sind hm wie war das denn jetzt? war das Shift oder? so, hat geboren oh, danke für das Fahrrad hm danke wie war denn jetzt speichern ich weiß gar nicht mehr, wo gab denn die Fliegen? boah, weiß ich nicht save ist äh Shift und F1 ok hm wirst du mich auch fragen können so hab dir auch gesagt wie man speichert und speichern nochmal kurz davor ich versuche jetzt Relaxo mir zu holen ja, das habe ich mit dem Scheiter eben gemacht weil sonst das hätte zu lange gedauert krass ja immer wieder suchen die ganze Zeit das hätte bei mir auf jeden Fall eine halbe Stunde gedauert oder länger ooo Relaxo stirb jetzt bitte nicht Nein! Und das macht jetzt am Ende noch ein Volltreffer! Ich kack ins Essen! Ich glaub es nicht. Ich will Lachsor haben, gib her! Gib, hab ich gesagt. Oh, komm! Mach doch! Muss ich ernsthaft auf die Pokéflöte einsetzen? Wie war das? Bevor ich gegen Erika kämpfen kann, muss ich erst nach Lavandie oder was? Ja, da kommst du eh durch. Oder wie die Stadt da heißt. Diese Gruselstadt da mit dieser komischen Musik immer. Ah, was war sie hier. Komm, da ist mein Superball. Ich glaub es nicht, ich kack ins Essen! Boah, ich schlaf doch noch ein, du. Viel Spaß. Er schläft dausend... Muss ja auch erst mal Team Rocket Boss, dass die Erika machen kann, ne? Ja, genau. Ach, ich brauch nur F1 direkt drücken. Nö. Oh, das... Ich will Lachsor haben! Mensch, gib her! Ich will mal das Pokémon nehmen. Tromm, ne. Ist das jetzt ein Item oder ist das ein Pokémon? Ne, das ist AA. Nugget. Nö. Und du bist auch AA. Und Stein. Ah, ein Kot-Stein. Ah, du bist ein Kot-Stein. Das stimmt. Komm, was kannst... Warte mal. Komm, bitte, bitte, bitte. Warte mal. Ach komm, das gibt's doch nicht hier, ey. Das... Ach komm, ich... Was brauch ich denn jetzt für Poké-Bally hier? Da lang. Stopp da lang. Stopp da lang. Dit 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 dit. Und da lang. Das ist voll geil, wenn du dich drehst und das sieht aus, ob das ein bisschen rumpackt. So, da bin ich jetzt in dem Fahrstuhl drin. Ah. Hallo? Was willst du überhaupt hier? Äh. Ich sag dir. Niesen. Das ist dem Rocket. Ratz-Ratz. Level 19. Wir haben Radical Level 30. Ruck-Zuck-Keep. Bam. Auf die Fresse. Bam. In die Fresse. So kann ich mein Radical übrigens zuvor noch ein bisschen trainieren dabei. Und vielleicht ist es wieder am Rum-Niesen. Diese Kotz-Backe. Zendos ist auch dumm. Ne, Zendos? Ne? Bist du auch dumm, oder nicht? Wieso bist du dumm? Wieso bist du dumm? Wieso bist du dumm? Das frage ich mich jetzt grad. Nein, du bist dumm. Wieso bist du jetzt dumm? Hä? 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 Wie komm ich bei dir grad nicht drauf klar? Wieso denkst du bist dumm? Hä? Verarsch mich doch. Ja, mach ich ja auch schon. Wirkt aber auch. Hä? Ich wollte Superbälle kaufen. Was mach ich? Ich kauf nichts. Lieber dran gefunden. Hä? Kauf du einfach mal Superbälle hier. Will ich aber nicht. Kauf mal 20 Stück. Hä? Ich muss da ganz rein machen. Komm gleich. Hab ich nur ein Item bekommen. Komm, kauf noch mal 20 Stück. 40 Superbälle sollten gegen den Galaxe reichen. Jo, Leute passen. Sollte passen. Ach, ey. Jetzt bin ich auch noch in den Gegner gerannt. Mach mal ein bisschen schneller, Leute. Äh, ey. Können wir so schneller machen. Ah, ah, ja, ah, ja. Kämpfe dauern uns viel zu lange, ja. Hä? Machst du nicht. Das Glück ist, dass es in die späteren Zeiten, dass es ein bisschen schneller geht. Oh, ja. Mashallah. Mashallah. Mhm. Klatscholo. Bei dir im Kopf, wo es. Da? Soll ich center. Brauchst du shift halten und oben die F-Tasten so durchklicken. Hm? Wenn er so. Dann speichern-mist. Shift gedrückt halten und so langsam die Tasta teht... Gl accessed gl�� gld gl. Jo, ich darf nur nicht auf F9 drücken. Warum? Weil ich da ne Aufnahme bin. Oh komm, ko, drück mit der F9 und dann ver-, lass es dir nicht auffallen. Jetzt würde mich freuen. Das gwstwisch da. Schade. Find ich gut. das hat ja mein penis auch man ja wohl voll treffer wie bestimmt ach komm relaxer will sich verarschen oder was kann man auch nicht weiter geil ich hab relaxo dass wir das hier ich habe relaxo relaxo wie viele pokémon habe ich verballert noch ein stück keine ahnung habe ich verlaufen habe ich verlaufen gegen traumato 18 minuten schon super angel erhalten auch ein bisschen georockfeuer trainieren bevor er mit der taten spielen mein fußfick hat er mich fast erledigt was fußfittisch ist fußfick nicht fußkick fuß was ii zentos das war zerschnipsler zerschnipsler dass sie das niemals entwickelt wie war das jetzt zu dem boss zu kommen zu dem typen also zu ja zum team rocket boss muss jede etage durchgehen und hier ist diese labyrinth da lösen das sind ja nicht schwer blutzuck blutzuck das war nur als kind wenn man das früher als kind gemacht hat das war schwer ach das geht doch immer noch genau nein mach ich nicht du bist ein roboter du bist doof du musst dich platt machen ach leck mich doch was los nicht nö hast du relax du jetzt eigentlich schon ja klar hast du hast du gar nicht mitbekommen ja neun super bälle hab ich verballert super super bälle hast du echt super gemacht jetzt hab ich einen relax ich weiß gar nicht was relax du war für ein pokémon normales normal ne